Hallo Freunde, hier ist Ari und seine Hausmannskost. Folie mache ich mit euch mal ein Nudelumlette mit bisschen Schinkenstreifen und dazu eine leckere Tomatensauce. So eine ziemlich schnelle Tomatensauce. Einfach wie meine Mama sie immer gemacht hat. Das passt ganz gut. Die Zutaten dafür sind natürlich Nudeln, die kochen wir hier gleich ab. Dann brauchen wir für die Tomatensauce ein bisschen Tomatenmark. Hier habe ich bisschen Pizzatomaten, einen Tropfen Sahne vielleicht. Das müsst ihr selber entscheiden. Dann brauchen wir Salz, Pfeffer, Oregano, bisschen Basilikum, bisschen Paprika, bisschen Chili und bisschen Hoblauch. Das ist, was ich so nehme dafür. Und sage es natürlich, hatte ich glaube ich gesagt. Dann brauchen wir dafür, dass so Omelette nachher noch zwei Eier und dann die Schinkenstreifen. Gut, ich habe das schon angemacht hier. Die Nudeln, die kochen wir jetzt mal ab. Und dann machen wir mit dem Rest auch weiter. Dann will ich erst mal ganz kurz sehen. Den Chili habe ich mir hier so runter geschnitten. Und dann habe ich mir den Chili und Knoblauch schön fein gehackt. Das ist natürlich eine Menge, da müsst ihr für euch ein bisschen selber entscheiden. Die Tomatensauce ist in diesem Fall sehr Knoblauch lastig. Aber das ist das, was ich auch reichen möchte. So, das mache ich nämlich hier gleich neu. Für die Tomatensauce. Ich gebe da einen kleinen Kropfen Olivenöl zu. Was ich natürlich in den Angaben noch nicht gesagt hatte. Aber kommt noch in den Zutaten nachher. Und dann eben Filme zu. Dann stellen wir das nämlich auch an. Aber das stellen wir nur kurz auf sechs. Oder auf... Sechs hast du aber auch gesagt. So, das Nudelwasser kocht. Dann machen wir uns ein bisschen Salz rein. Nudeln müsst ihr immer sehen auf der Verpackung, was da drauf ist. Hier steht zehn Minuten drauf. Wenn ihr euch selbst Muddeln macht, also selber, die braucht natürlich nicht ganz lang. Wenn ihr mehr braucht, müsst ihr natürlich mehr reinmachen. So, die lassen wir jetzt zehn Minuten kochen. In der Zeit kümmern wir uns hier ein bisschen noch mehr Tomatensauce. Rösten ganz kurz ein bisschen Koglauch und Chili an. Aber so, dass es nicht verbrennt. Und wenn wir die Nudeln nachher fertig haben, machen wir uns ein schönes Omelette. Das heißt, die zwei Eier, die können wir auch schon mal uns hier reinmachen. Die brauchen wir nachher. So, die schlagen wir uns nachher kurz auf. Eine Gabel. Kann man auch mit dem Schneeweiß machen oder wie auch immer. So, das wird schon heiß. Das stellen wir jetzt auf jeden Fall runter. Ja, weil das verbrennt und sonst. Und das würde ich in diesem Fall nun wirklich nicht. So. Dann mache ich mir einen Tropfen Wasser rein. Aber wie gesagt, ich möchte nicht, dass es verbrennt. Dann machen wir ein bisschen Tomatenmark rein. Jetzt würze ich das einfach ein bisschen. Wenn ihr habt, könnt ihr immer eine Gemüsebrühe zu nehmen. Habe ich aber nicht. Aber ich habe hier ja gewürztes Nudelwasser. Dann nehmen wir das. Die Schinken, die Schinken, den Schinken schneiden wir uns gleich im Streifen. Hm. Diese Zucker brauchen wir noch. Würde ich alles unten im Rezept angeben. Genau. Nicht die Anzahl, aber die Zutaten. So, jetzt würzen wir das. Würzen müsst ihr auch ein bisschen nach eurem Geschmack. Oregano kann ruhig ein bisschen mehr sein. Salz müsst ihr auch nach eurem Geschmack nennen. Bisschen Pfeffer. Bisschen Salz, aber nicht so viel. Weil sie noch Nudelwasser nennen. Immer erstmal so ein bisschen. Bisschen Paprika. Ich habe Rosenpaprika. Aber nur, weil ich das mache, wenn es würzig ist. Ja. Warum kommt da nichts raus? Boah, siehst du, da hinten kommt es raus. So, jetzt nehmen wir die Dose der Pizzautomaten. Machen die da rein. Machen die da rein. Spülen das Ganze mit ein bisschen Nudelwasser aus. Und jetzt, wenn ihr jetzt eine schöne Brügel genommen habt, dann braucht ihr bestimmt nichts mehr. ich muss noch einen kleinen tropfen salz machen und dann haben wir eine tomatensuppe fertig ich mache mir jetzt noch aber nur weil ich es mache wenn ihr auf die diät achten müssen lasst ihr weg aber glaubt mir das schmeckt viel geiler noch ein bisschen sahne rein 100 milliliter reicht und habt ihr eine schöne leckere tomaten die lassen wir jetzt ein bisschen kochen die marken könnt ihr in den wort so ein bisschen klein machen manche passieren sich das nachher auch noch durch aber das ist ja viel zu schade dann brauchen wir nicht solche dose holen dann nehmen wir nur tomaten und mir schmeckt das jetzt so wie es ein bisschen zucker also das ist meine mama nicht gemacht aber ihr braucht ein bisschen zucker sowieso weil ihr solltet den tomaten und auch durch die tomaten so das können wir mal auf sieben stellen das muss nicht wie wir schon kochen hier habe ich jetzt noch ein bisschen basilikum den will ich mir so ein bisschen klein schneiden da das jetzt ganz feine blätter sind natürlich nicht auf dem top so wie ich es mache aber ich muss es ja film um ein bisschen zu zeigen aber die kleine stelle die kann man auch mit essen die sind so fein und so aromatisch und da sie ganz frisch gewachsen sind am antopf das ist alles für mich jetzt nämlich auch nur den gleichen holzlöffel und so ich probiere das jetzt noch mal und das muss nicht mehr rein das ist auch deine jetzt warten wir noch bis die nudeln fertig sind und eine testen ja ohne dass du durch ein loch abhaust kann man schon mal auf neu stellen die nudeln sind jetzt fertig die kippe ich mir auf dem sieb wenn die nudeln kauf können wir eigentlich immer noch ein bisschen nur was auch ein bisschen mit zurückhalten wenn ihr denn die große noch ein bisschen verdünnen wollt oder wie auch immer oder habt ihr ja gleich noch einen knack drinnen mein tipp so das kippen wir jetzt mal an damit der karpunkt unterbrochen wird die tomaten so wird es auch so lecker wie sie ist ihr könnt das ja euch noch jederzeit ein bisschen nachwürzen gut nudeln haben wir dann schlagen wir uns jetzt das ei auf entweder nehmt ihr eine gabel oder einen schneebesen oder dann könnt ihr noch salz und pfeffer rein machen für alle gewürze die ihr mögt natürlich das brauchen wir nicht gleich jetzt muss man auch das nudeln um das machen dann kommen jetzt die schicken streiten noch zu die ich nachher fürs nudeln um der brauche ich habe hier so ein schicken mit kürbis drin habe ich heute so bekommen mit denen nochmal nämlich gekochten schinken aber das tut das nicht verfeinert sogar sogar so das bisher kommt nachher ins omelette mit rein dann schneide ich mir das um streifen voila und den braten wir nachher mit der nudeln mit an wer das auf vegetarische basis haben will der lässt natürlich den schicken weg ist auch lecker ich mache mit schicken kommen wir zu unserem omelette nudeln halten wir fertig gut dann kommen wir zu unserem omelette machen wir ein bisschen Öl rein ich liebe das wenn die glauben leuten und das mitten in der stadt von hamburg so ihr müsst dann natürlich so viel nehmen wie ihr möchtet dann kommen die schinken streichen noch dazu wenn ihr das vegetarisch möchtet wenn ihr das vegetarisch möchtet also die schenken streichen weg und dann haben wir so einfach ist die geschichte jetzt ist wieder das Thema was ich vorhin zum dach gemalt das Thema schneiden ich habe einen Film darüber das ist in meinen Augen auch relativ wichtig so ich rufe es mir ganz kurz bevor ich zum strengen weiterkomme Salz mit Stefan natürlich nach eurem Geschmack denkt dran eure Tomatsaufe ist gewürzt Nudeln sind gewürzt Schinken hat auch bisschen Salz also das müsst ihr alles mit eingerechnen so das kann man auch nicht so lange bewegen die sollen auch bisschen Farbe bekommen also müssen wir uns ja für kleine Momente geduld geben oh das geht relativ schnell und einfach mal so bisschen schinken und dann wieder warten hier könnt ihr natürlich auch noch im Nudeln Omnett vielleicht noch bisschen paar Zwiebeln noch mit rein machen ein bisschen Schinken mit rein machen das glaubt euch doch alles über glaubt euch das selber belassen ich wollte euch nur zeigen nachher das mit dem Ei wie man das dann noch ein bisschen formt und mal ein schönes Nudeln Omnett ab die Geschmacksrichtung glaubt euch ganz alleine kann auch Fleisch mit rein machen oder wie auch immer also alles und wie gesagt das Thema kann ich immer nur empfehlen weil das mache ich auch mit den Lehrlingen so die sollen sich den Film angucken ich zeig dir das erst ein zweimal mit dem Schwenken und dann können sie sich jederzeit den Film angucken weil das Schwenken ist besser als wenn ich mit einem Holzdöffel rühre weil wenn ich mit einem Holzdöffel rühre so das ist dann mache ich zu viel mit kaputt und aus dem Grund immer schwenken das geht der Schinken der muss auch nicht mit rein der kann auch nachher oben rüber so wie er es möchte kann man auch kalt rüber machen falls ihr den nicht reißen mögt wenn ihr das schön kochen müsst ihr das natürlich länger und auch voll paul anbraten ich habe mal eine Nudel probiert da kann ruhig noch Schaden dran so wenn ihr die Nudeln noch schärfer anbraten habt dann müsst ihr sie noch ein bisschen lassen für mich ist das jetzt ok ich nehme jetzt hier meine 2 Eier die ich jetzt aufgeschlagen habe mache sie rüber und dann ist das eigentlich auch so wie bei meinem Bauernfrühstück was ich erzählt habe das ist nichts anderes noch dass ich da praktisch davon habe wieder durchschwinken damit alles schön verteilt ist die Klamme auf Null stellen weil wir haben genug Hitze so und damit es nicht ganz zu trocken ist einmal kurz kürzeln so und jetzt machen wir das einfach nach rechts ran nach links ran nach links ran nach rechts ran warum sage ich auch gleich noch so das leiten wir jetzt so Klammen es auf und jetzt können wir das dann gleich schön anrichten so sieht das Ganze dann aus und das kommt dann gleich auf den Teller und dann habe ich mein Essen fertig so das reicht schon das hat jetzt gestoppt ist trotzdem noch nicht ganz trocken das ist das was wichtig ist für mich aber wenn der jetzt ganz trocken ist dann macht ihr euch das natürlich so so jetzt nimm ich das einfach halte es hier so ein bisschen schräg gehen und kippe es einfach nur um fertig dann hier rauf jetzt mache ich mir noch ein bisschen Tomatensoße rüber ihr könnt sie auch apart gehen beziehungsweise nebenbei gehen wie ihr möchtet bisschen Petersilie Basilikum oder was immer ihr habt rüber und schon ist unser Nudelnomlett fertig das ist eine ganz schnelle Sache halt wie gesagt wenn ihr ein paar alter Nudeln habt ihr könnt es auch mit Reis machen oder sonst was oder Reisomlett oder wie gesagt Bauernfrischstück alles nichts ist alles das gleiche Prinzip einig irgendwas anbraten Ei zu geben und dann so formen und schon habt ihr euer Omlett oder auch nur mit Eier machen genauso gut gut ich kann euch nur sagen ich würde es jetzt genießen und euch wie immer viel Spaß bei Nachmachen Euer Ariehl Einmal nochmal hoch halten wie immer ein 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 ein